immer weniger vom netto sozialabgaben kosten 41,7 prozent das ist erst der anfang so focus online vom 20 oktober 2024 bald sind 50 prozent sofort weg mein name ist peter knöbel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de ja gehen wir einfach mal in die nachricht rein meine damen und herren vom focus online der focus online titelt am 20 10 2024 immer weniger netto sozialabgaben kosten 41,7 prozent des lohns das ist erst der anfang bald sind 50 prozent weg ja meine damen und herren nächstes jahr 2025 steigen die sozialversicherungsabgaben kranken und pflegebeiträge haben wir ja schon berichtet deutlich an der spitzenverband der gesetzlichen krankenkassen der schätzerkreis geht von einer zusatz von einer erhöhung des zusatz beitrags von bis zu 0,8 prozent aus es gibt andere stimmen die sagen es könnten sogar ein prozent mehr werden die beiträge zur pflegeversicherung steigen auch an 0,3 prozent ja meine damen und herren aber auch gleichzeitig hat die private krankenversicherungswirtschaft angekündigt dass sie für rund zwei drittel aller privat krankenversicherten von einer beitragserhöhung von bis zu 18 prozent nächstes jahr 2025 ausgeht also auch wahnsinn zahlen sozialabgaben für deutsche arbeitnehmer werden dann ab 2025 die schallmauer von 40 prozent durchbrechen das ist ja sozusagen auch immer eine rote linie gewesen zum beispiel für die fdb im jahr 2003 gab es noch die rekord höhe von 42 prozent 2003 bis 2006 war die abgabenlast deutschland noch höher ja meine damen und herren das sind wirklich die zahlen das bedeutet letzten endes dass ihr netto lohn ab nächstes jahr geringer ausfallen wird aber auch die renten der gesetzlichen renten bezieher rund 25 millionen renten werden dann auch in deutlich oder zum teil deutlich geringer ausfallen weil die zusatzbeiträge steigen weil die kranken und pflegebeiträge steigen so dass hier davon auszugehen ist dass die auszahlungsbeträge der monatlichen renten dann sinken werden ja und bei denjenigen die privat krankenversichert sind da werden die auszahlungsbeträge sicher nicht steig nicht sinken denn die bekommen ja einen zuschuss zur privaten krankenversicherung aber dennoch müssen sie deutlich mehr bezahlen aus ihrem renteneinkommen oder laufenden einkommen wenn sie zum beispiel arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer sind im schnitt sagt die private krankenversicherungswirtschaft liegt der beitrag für jeden privat krankenversicherten in deutschland bei über 620 euro monatlich das ist auch absoluter wahnsinn ja meine damen und herren das ist praktisch sozusagen die nackte realität was ihr uns nächstes jahr erwartet von der gesetzlichen von unserer bundesregierung gibt es keine substanziellen reformen wie das gestoppt werden kann zwar hat lauterbach angekündigt bundesgesundheitsminister dass es eine pflegereform und auch eine reform im krankenhaus wesen geben soll dass deutlich weniger krankenhäuser geben soll diese sollen doch einige zugemacht werden aber das meine damen und herren wird den preisanstieg nicht verhindern können wir haben eine altersdemografie und genau diese altersdemografie und deren folgen wird leider nicht von der regierung und von den handelnden politikern in angriff genommen dort gibt es keinerlei substanziellen vorschläge wie man das problem lösen könnte zum beispiel mit der einführung einer umfassenden bürgerversicherung weil sich schlicht und ergreifend einfach zu viele menschen in deutschland immer noch der gesetzlichen krankenversicherung entziehen indem sie zum beispiel privat krankenversichert sind ich rede davon beamtinnen und beamten pensionäre politikerinnen und politiker und natürlich auch von den selbstständigen ja meine damen und herren ich höre zum beispiel von vielen selbstständigen die liegen mir sehr sehr häufig ich sag's jetzt mal auf der tasche die dann sagen mensch wäre ich doch nie in die private krankenversicherung gegangen das kostet jetzt so viel geld das ist unglaublich ich weiß gar nicht wie ich das im alter bezahlen soll viele rentnerinnen und rentner kommen genau mit diesen gleichen argumenten auch zu mir und deshalb meine damen und herren muss das alles ein ende haben und wir brauchen schlicht und ergreifend hier einen einstieg in eine vollumfassende reform unseres gesundheitsversicherungswesens und das muss anfangen das muss damit anfangen dass wir eine einheitliche krankenversicherung für alle haben und keine zwei oder drei krankenversicherungssysteme wie wir es aktuell in deutschland ja haben ja meine damen und herren so soll es sein das soll es gewesen sein zu diesem thema ich wünsche ihnen wie immer alles gute näheres zu diesen informationen finden sie wie immer auf rentenbescheid24 die ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel